Brandneu ist die Will Soaker von Kiddo, ich habe sie euch in Folge 6 der Windel News vorgestellt und nun ausführlich getestet. In diesem Video zeige ich euch, wie sie aussieht, ob die Windel bequem ist, wir werfen einen Blick auf die Saugleistung und schauen uns natürlich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis an. Sie wird von Diaper Minister verkauft, der sie mir für den Test zur Verfügung gestellt hat, an dieser Stelle danke dafür. Falls ihr Diaper Minister noch nicht kennt, der große Shop aus Europa hat sich auf Produkte für ABDL spezialisiert. Es gibt ein umfangreiches Sortiment von derzeit fast 100 verschiedenen Windeln, die ihr nach verschiedenen Kriterien sortieren könnt. Beispielsweise mit Folie oder Karten außen, je nachdem, was ihr bevorzugt. Neben der Will Soaker gibt es dort auch viele andere Windeln, die ich in meinen vorherigen Videos getestet habe und Zubehör wie Booster, Cremes oder Schutzmatten fürs Bett. Ebenfalls einen Blick wert sind die zahlreichen anderen Dinge aus dem ABDL-Bereich. Es werden neben Pyjamas und Schnullern beispielsweise verschiedene Bodys angeboten, sowohl süßbedruckte als auch schlichtere. Wer kindlich bedruckte Unterhosen mag, findet bei Diaper Minister zahlreiche, die Erwachsenen passen. Das gilt auch für einige weitere Kleidungsstücke, Latzhosen, T-Shirts, Mützen wie die Peak-ABU-Kappe und noch einiges mehr. Ich habe dort seit über einem Jahr mehrere Male bestellt. Eine davon ist in meinem Video vom Oktober 2022 zu sehen. Sie kam wie bisher alle anderen auch diskret verpackt. Ihr könnt euch auf diaper-minister.com selbst umschauen. Mit dem Gutscheincode WINDELTV10 erhaltet ihr 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment, ohne Mindestbestellwert oder Höchstgrenze. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Weiter geht es mit der Will Soaker. Ich hatte es in der Windelnews-Folge ja schon angesprochen, dass die Packung ziemlich auffällig ist. Sie ist komplett in Rot, wogegen viele andere Windeln eine durchsichtige Folie verwenden. Hier wurde die Packung nicht nur vollständig gefärbt, sondern es steckt ein durchdachtes Design dahinter, das ein komplettes Feuerwehrauto darstellt und an einigen Stellen sehr ins Detail geht, oben die Leiter des Feuerwehrautos, auf der vorderen Seite die Reifen, wo man die Größe und Anzahl an Windeln geschickt ins Bild eingebaut hat. Genauso der Name oder Hersteller, all das wirkt sehr passend, wie es auch auf einem echten Auto stehen könnte. Vorne sieht man den Bär als Fahrer und ein Kennzeichen, das in Lidsprache für Soggy steht. Auf der Seite ist es wieder passend zum Feuerwehrauto mit Schläuchen und Äxten bestückt. Zwar gibt es mittlerweile ein paar andere Packungen, die ebenfalls stärker bedruckt sind. Aber so detailliert habe ich das bisher noch bei keiner anderen gesehen. Man kann darüber streiten, ob das notwendig ist, schließlich ist der Inhalt ja das Wichtigste. Jedenfalls hat sich Kiddo hier viel Mühe gegeben, damit schon ab der Packung das Motivmotto bis ins Detail passt. Oben ist die Packung etwas ausgestanzt, wie die anderen neuen von Kiddo auch. Das komplette Öffnen klappte trotzdem nicht reibungslos, daher habe ich es unten probiert, wie bei den Krinkels klappt es dort besser, weil dort die Naht ist. Mit einer Hand wird es etwas schwierig, aber mit zwei Händen kann man die Windeln gut entnehmen. Sie sind nicht so extrem stark in die Packung gepresst, wie bei Krinkels. Daher steht auch der Auslaufschutz einwandfrei, man muss sie nicht falten oder kneten. Finde ich angenehmer, weil man bei Krinkels mittlerweile immer prüfen muss, ob die Seitenbündchen an der Windel festkleben. Das Motiv auf der vorderen Klebefläche ist ein Teddy im Feuerwehrauto, was bei der Verpackung kaum mehr überraschen dürfte. Im Gegensatz zur Packung ist der Teddy hinten auf dem Auto und das Wasser fließt. Das vordere Motiv ist ziemlich bunt, weil es im Klebebereich auch noch eine Hintergrundfarbe hat. Er reicht sogar an den Seiten noch weiter, also in den Bereich, der nach dem Festkleben unter den Seitenteilen verschwindet. Nach der Klebefläche ist der Rest der Windel ebenfalls bedruckt, ein Schlauch verläuft über die gesamte Fläche und an mehreren Stellen sieht man Wasser aus ihm laufen. Es dürfte kein Zufall sein, dass eine solche Stelle vorne etwas unter den Klebern ist, wo es bei vielen von euch in die Windel läuft, wenn ihr sie benutzt. Eine ähnliche Anspielung habe ich bei der Cloudry Superheroes entdeckt, dort allerdings auf dem Po, wo der Hersteller Smash aufgedruckt hat. Im Inneren hat sie einen hohen Auslaufschutz, der noch genug Raum bietet, um bei Bedarf die Saugleistung mit einer Einlage, oft Boosterpart genannt, weiter zu verstärken. Die Seitenteile sind im kräftigen Feuerwehrrot komplett gefärbt, das an den Seiten als Streifen weiter verläuft. Von der Seite betrachtet ist die Windel daher komplett rot. Dazu verläuft ein weiterer Schlauch an den Rändern. Insgesamt ein auffälliges Design, das durch die Wahl der Farben hervorsticht. Qualitativ sind die Drucke nicht zu kritisieren, es wurden kräftige Farben verwendet, die hochwertiger wirken, als bei Pampers. Verschlossen wird die Windel mit Mehrwegklebern aus Plastik. Sie lassen sich leicht aufkleben und vor allem anfangs auch leicht wieder lösen, falls man sie nicht so gut platziert hat. Nach einiger Zeit braucht man etwas mehr Kraft, auch da ist es aber problemlos möglich, nochmal neu zu kleben, etwa, wenn die Windel nicht mehr so gut sitzt, weil sie voller und schwerer geworden ist. Hier gibt es keine Auffälligkeiten. Die Kleber halten auch größeres Gewicht, was sie beim Praxistest unweigerlich müssen, weil die Windel ja bis an ihre Belastungsgrenze gefüllt wird. Im leeren Zustand wiegt eine einzelne Windel 219 Gramm, was im oberen Bereich meiner bisher getesteten Windeln liegt. Es ist also nicht die dünnste, sondern eher eine dickere Windel, die man deutlich spüren kann. Mit Hinsitzen, wie ich es beim Alltagstest ja immer mache, hat sie ein maximales Gewicht von über 1,9 Kilogramm erreicht. Ein gutes Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Betrachten wir es mal im Vergleich zum Preis. Eine Packung mit 10 Stück kostet 23,90 Euro, somit 2,39 Euro pro Windel. Das ist günstiger als beispielsweise die Candy Fluff, die im Test eine etwas geringere Saugleistung erreicht hat, als die Feuerwehr Kiddo. Und wenn ihr mit dem Gutschein Windel TV 10 bestellt, den Deiter Minister für euch zur Verfügung gestellt habt, verringert sich der Packungspreis um 2,39 Euro auf 21,51 Euro, sodass eine Windel nur noch 2,15 Euro kostet. Damit sind wir bei einer Kampfansage zu Krinkels, die mit etwa 1,51 Euro nur noch 64 Cent günstiger sind, aber dafür qualitativ nicht auf dem Level der Low Soccer. Einen möglichen Nachteil, den ich hier sehe, sie ist nur in den Größen M und L erhältlich. Die größte Größe geht bis 130 Zentimeter und wird wahrscheinlich den meisten von euch ausreichen. Für ein paar ist das zu klein, in diesem Fall bleibt nur, auf eine andere Windel auszuweichen. Die Krinkels beispielsweise bietet noch XL bis 170 Zentimeter an. Da das eine Minderheit betrifft, werden viele neuen Windeln nicht mehr in XL angeboten, das ist mir auch bei anderen schon aufgefallen, teilweise in den Tests oder Windown-News. Jede Größe muss extra produziert und gelagert werden, das verursacht natürlich Kosten. Daher wird wohl zunehmend abgewogen, ob sich das lohnt. Von der Passform her kommt die Soackerwindel ähnlich raus, wie andere der Marke Kiddo. Es gibt ja mittlerweile 6 Stück. Zu allen habe ich schon einen Praxistest gemacht, außer der ebenfalls neuen Teddys Ultra. Hier ist ein Test in Arbeit und folgt bald. Das Außenmaterial der Lil Soacker ist, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, aus Folie. Sie ist eher matter und weicher, nicht so extrem weich wie beispielsweise die Puppers, trotzdem fühlt sie sich angenehm an. Durch die gute Passform haben alle getesteten Windeln recht viel gehalten. Selbst die schlechteste lag bei 1,7 Kilogramm, also kein extrem großer Ausreißer zum besten Wert von 1,9 Kilo. Wenn sie dann mal ausläuft, passierte es fast immer im Sitzen, ich habe mich einmal bewusst nicht hingesetzt und über 2 Kilo waren kein Problem. Hier war sie aber komplett durchnässt, sodass sie im Stehen dicht hielt, beim Hinsetzen es jedoch nicht mehr alles halten konnte und anfing auszulaufen. Bei dem Vergleich mit den anderen Windeln aus meinen Tests könnt ihr übrigens gut sehen, wie sehr das Design der neuen Kiddo heraussticht. Die Little Paws von Abu beispielsweise hat einen gefärbten Rand in Blau und die Seitenteile in Grün, was zur damaligen Zeit schon recht auffällig war. Selbst dagegen leuchtet das Feuerwehrrot stärker. Bei den restlichen sieht es ähnlich aus. Rot ist generell eine eher seltene Farbe. Zwar gibt es einige Windeln, die mehr oder weniger stark in Richtung Rosa gehen. Einen derartigen Fokus auf Rot sehe ich zum ersten Mal. Eigentlich überraschend, weil Feuerwehrautos ja keine seltenen Spielzeuge bei Kindern sind, ist also naheliegend, die auch als Motive auf ABDL-Windeln zu drucken. Mit normalen Autos oder auch anderen Spielzeugen wie Klemmbausteinen gibt es das bereits. Wie einem das Design gefällt, ist immer sehr subjektiv. Ich finde die Motive und auch den Farbton ansprechend. Außerdem gefällt mir die hohe Qualität. Nachdem Pampers zunehmend an Farbe spart, hatte ich befürchtet, dass die ABDL-Hersteller möglicherweise auch in die Richtung gehen könnten. Umso mehr freut es mich, dass es nach wie vor keine Zeichen in diese Richtung gibt. Die Reaz Rebell in Pink ist eine der wenigen Ausnahmen, bei der ich mit der Druckqualität nicht zufrieden bin. Unabhängig vom Aussehen hat die Windel im Praxistest überzeugt. Sie bietet eine hohe Saugleistung, sitzt gut und ist zu einem vernünftigen Preis erhältlich. Auf die Packungspreise sollte man sich wie immer nicht verlassen, da Reaz beispielsweise meist zwölf Stück enthalten, hier sind es zehn. Das ist keine Eigenheit von Kiddo. Auch andere Hersteller nutzen kleinere Packungen, bei Bambino etwa sind sogar nur acht Stück drin. Das muss nicht zwingend schlecht sein, wer wenige Windeln braucht oder nicht so viel Geld hat, ist möglicherweise froh über kleinere Packungen. Den Packungspreis kann man deswegen nicht direkt vergleichen. Daher rechne ich immer auf den Stückpreis und hier liegt Kiddo in einem vernünftigen Bereich. Rechnet man den Gutschein mit ein, ist es die wohl derzeit günstigste Windel mit einer derart hohen Saugleistung. Mich konnte sie überzeugen und ich werde sie auch nach dem Test weitertragen. Davor kommt aber erstmal die Teddys Outfit Run, die ebenfalls von Kiddo stammt und kürzlich erschienen ist. Wer davon noch nichts gehört hat, dem empfehle ich Windelnews Folge 7, dort habe ich sie euch vorgestellt. Ist ebenfalls spannend, da Kiddo weiterhin jede Windel mit einem einzigartigen Merkmal ausstattet, das es in der Kombination bisher nicht gab. Also mehr, als nur ein anderes Design. Was haltet ihr von der neuen Feuerwehrwindel? Nachdem viele die dazugehörige Windel-News-Folge angesehen haben, bin ich auf eure Meinung gespannt. Falls ihr sie ausprobieren möchtet, findet ihr die Links in der Videobeschreibung. Ansonsten schaut mal an den Rand, dort gibt es weitere Praxistests sowie eine Playlist der News, in der ich euch über alle Neuigkeiten aus dem ABDL-Bereich informiere. Bleibt trocken, bis zum nächsten Video.